Als Kind habe ich schon immer zu den Challengern aufgesehen. Jetzt will ich versuchen, einer von ihnen zu werden. Und das ist meine Geschichte. Den einen Autotech nochmal nur mit Thunderdots zu proppen. Nein! Scheiße! The fuck? The fuck? Also ich wusste, dass der Vorrat für... Wenn er halt auf mich drauf geben möchte, dass er halt noch mit Flashen alle macht, ne? Aber das war sowas von schlecht. Der Galu hätte ihm niemals voll abgeben können. Haha. Oh, das muss ich jetzt aufpassen. Schillt, 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 schillt. Scheiße. Jetzt stimmt er wahrscheinlich auch, oder? Scheiße, das stimmt auch. Es ist okay. Es ist okay. Vielleicht hätte ich ja nicht reinhalten sollen. Aber es hat sich gerade so angeboten. Oh, oh. Oh, ich hab mein Timing verkackt. Mist. Ah, die hatten eine Water, eine Scheiße. Ich hätte es pink worden sollen. Hätte es gepinkt worden, wäre es kein Problem gewesen. Digga. What? What? Vier wollen er ff'n? The fuck? Warum wollen wir vier ff'n? Nein, das... Raus, 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 raus. Echt, wollen wir da reingehen? Das gefällt mir gar nicht. Okay. Can you guys? Ffff... Oh, God. Oh, hier steht... Danke, Brücki, für den Host. Und herzlich willkommen, Leute, zu meiner kleinen Fiesta hier. Hier sind schon alle am tilten. Keiner möchte mehr weiterspielen, warum auch immer. Leute, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wir haben ein super gutes Team, ne? Also, wir sind behind, ja? Aber wir haben trotzdem ein richtig gutes Team. Und die wollen einfach fucking ff'n. Oh, Gagas. Äh? Oh, oh. Wow! Holy shit! Oh, what? Woher kommt der Damage? Okay, es ist AP, Galio. AP Thunderlords Penetration, Galio. Der kennt ihn nicht. Aber der hat richtig Damage gemacht. Oh, oh. Oh, oh. Oh, mein Gott. Das ist mir jetzt nicht echt passiert, oder? Das ist mir jetzt aber gerade echt nicht passiert. Okay, das Game is over. Keine Ahnung. 0-10 Botlane. Da macht man nicht so viel. Oh, oh. Oh, nein! Oh, 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 oh. Aber... Lasst mal... Leute, ich liebe Midlane. Ich liebe Midlane. Das hier war aber das erste Game, wo ich selber sage, das hätte ich besser machen können hier. Vielleicht gehe ich aber wieder Victor. Mein Victor war eigentlich auch ziemlich nice. 10 Euro, wenn ich mit Jana gewinne... Nein, danke. Ich kann eigentlich Asir spielen. Ich kann Vega. Ich kann Victor. Aber für Diana brauche ich noch so ein bisschen Confidence. Als Midlaner Lastpick zu sein, ist so geil. Bitte Sakya, bitte Sakya, bitte Sakya. Yes, yes, yes. Lass uns haben. Ohne Witz, wenn ihr im Team spielt, dann gebt immer eure Mitländer den Lastpick. Ähm, was haben die denn? Ich würde Fiktor gehen, actually. Actually, Diana. Das ist sogar ein gutes Diana-Game. Okay, mein lieber, wer war das? Inuyasha, ne? Weißt du Bescheid. Wenn ich das gewinne, kriege ich einen Zehner von dir. Ich kenne das Match-Up nicht. Das ist immer das Schlimmste. Wenn ich ein Match-Up nicht kenne. Haben wir First-Bird? Nein. Okay, Leute, ich gehe weg. Holy Shit, tradet die Offensiv rein. Ja, der Rex, der kommt da auch noch. Ich bin weg. Diana-Account-Ercutter niemals vor 6. Es kann sein, dass es so ist, aber niemals vor 6. Weil sie mich einfach komplett outranged. Ich fall hier lieber erstmal behind an NCS, als dass ich reininte. Wichtigste Regel in ganz League of Legano gegen Snowball-Match-Ups. Hahaha. Holy fucking shit, tut die weh. Digga, what the fuck? Verpisst euch von meiner Lange? Oh, der Tread hier ging eindeutig an mich. Ich pinko da mal hier hin. Digga, dein Ernst? Dein Ernst? Du auch? What? Hello? Three mit? Digga, ich wäre weggekommen. Ah, unlucky. Nein. Du Bitch. Nein. Mein Gott, ey. Mann, wieso überleben die das? Können die mal nicht einfach sterben? Ey, wir haben First-Man-Tower bekommen. Wenn ich getippt hätte, ich... Hätte ich den hier nicht machen können. Digga, was machst du? Ihr verpisst euch doch. Kann ich nicht mal für eine Minute alleine sein? Nice. Holy shit, haben wir deren Mütter gefickt? Sexy. What the fuck geht der ab? What? Das war so ein smoother Sidestep. Holy shit. Ah, whatever. Whatever, wir haben gewonnen. Wir haben gerade gewonnen. Oh, sind die behindert? Die müssen nur nicht moving. Ich werde doch auch was cool on. Oh, warte. Warum habe ich Agro? Hä? Hä? Oh, oh. What? Kann mir einer. Hä? Bin ich blind? Oh, ich glaube, da schuldet mir jemand einen Zehner. Ich möchte ja nichts sagen. Aber ich glaube, da schuldet mir jetzt jemand einen Zehner. Hat er keine Range? Echt? Waren meine Minions nicht drinne? Das muss man ihm lassen, okay? Das muss man ihm lassen. Okay, noch eingeben. Wir sind an der Promo. Na, ich honor ihn. Er hat gut gespielt. Dagegen sage ich nichts. Das ändert aber nichts daran, dass ich beide reporten werde. Das ist ja ein Unterschied. Das ist ja ein Unterschied.